Was geht ab? Willkommen auf dem Zeitkanal. Wir sind im 24-Stunden-Stream und es ist 0 Uhr 29. Das heißt, wir gehen in ein Horror-Game. Und wir haben uns entschieden für The Forest. Es geht los. Horror-Game. Oder allein das Bild. Da hängt einfach irgendwer kopfüber. Was zur Hölle ist das für ein Spiel? Nö, das Game. Normal. Oh, peaceful? No enemies, okay. Normal, wir gehen in normal. Ich mach ganz bestimmt nicht hart. Das Einzige, was hart ist, ist mein Schwanz. Obwohl, nee, selbst der ist nicht hart. Er ist sehr weich gerade. Okay, wir befinden uns im Flugzeug mit unserem Kind. Okay. Und wir gucken gerade was. Der Nukleus, okay. Hier ist unser Essen. Eh, da können wir irgendwas... Aha, da ist irgendwas, so ein Buch. For Timmy. Ah, Survival-Kit. Unser Sohn heißt anscheinend Timmy. Okay. Turbulenzen. Ja, sind wir angeschnallt? Oh, wow. Nein, das sind keine normalen Turbulenzen, Bro. Yo. Das Flugzeug ist kaputt. Wir sterben. Ah. Halt dich fest, Bro. Wir leben. Wir haben es überlegt. Was mit Timmy, unserem Sohn? What the fuck? What the fuck? Was war das für ein Mensch? Und warum hat er unseren Sohn mitgenommen? Okay. Jetzt sind wir erst richtig aufgewacht anscheinend. Oh, shit. Guckt euch unsere Arme an. Aber dass wir überhaupt überlebt haben, ist schon krass. Licht ausmachen. Ich habe aber Angst, Chat. Ja, okay. Wir machen das Licht aus ausnahmsweise. Oh, shit. Es könnte jetzt echt schlimm werden. Aber das Spiel ist schon mal gut gemacht. Continuing. Okay, ich sehe hier auf jeden Fall einige Sachen, die wir aufheben können. Wir nehmen... Oh, ich habe was gehört. Ah, vielleicht fehlgehört. Wir nehmen auf jeden Fall einfach mal alles mit, was wir mitnehmen können, denke ich mal. Wir sehen ja, wenn wir nicht mehr genug Platz haben, dann können wir Sachen rausschmeißen. Was ist das hier? Ah, wir haben was getrunken. Ah, hier sind so kleine Becher gewesen noch. Okay, die Toilette. Medizin. Oh, ja. Alles schön mitnehmen. Was man mitnehmen kann. Oder ist das überhaupt Medizin? Oder ist das Alkohol oder so? Boah. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Essen? Essen wir? Müssen wir? Wir sehen, wie uns... Ah, unten rechts heilt sich alles auf. Okay. Ich glaube, was ist das? Unsere Lunge? Unsere Lunge ist beschädigt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auch Medizin brauchen. Okay. Wir gehen jetzt mal hier durch. Gucken so ein bisschen hier und da, was es gibt. Essen nehmen wir gerne mit. Ah, ja. Okay, es ist unser Magen. Ah, wir sind gesättigt. Verstehe. Okay, hier ist nichts. Hier ist wieder was zu essen. Und jetzt sind wir komplett satt. Okay. Oh Gott. Okay. Wir haben auf jeden Fall eine Waffe. Uh. Und ein bisschen Medizin mitnehmen können. Ich springe raus. Okay. Wir müssen hier trotzdem nochmal alles überprüfen und alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Oha! Ach, wir können die Sachen hier aufmachen. Ah, wir können die Koffer öffnen, Chat. Eine nehme ich einfach mal mit. Ich weiß zwar nicht, wofür wir Steine brauchen, aber... Auch mal so einen Stock mitnehmen und alles. Oh, ich habe mich von einem Vogel erschrocken. Klebeband. Wir haben anscheinend gefühlt... Oh. Gefühlt unendlich Platz. Geld. Wofür brauchen wir Geld, wenn wir überleben wollen? What the fuck? Stöcker, alles mitnehmen. Oha! Oha! Geht das überhaupt da auf? Vielleicht geht das gar nicht auf. Ne, das Ding geht hier nicht auf. Wir müssen echt aufpassen, dass wir alles mitnehmen. Ich glaube am Anfang, das könnte entscheidend sein. Habe ich irgendwas übersehen? Ah, ja, hier sind noch ein paar Sachen. Rumgestreut. Oha! Wie soll ich ein... Ich sehe nicht mal, was hier drin ist. Egal, ich nehme es einfach mit. Egal, was es ist. Das haben wir. Ah, das hier können wir, glaube ich, nicht mehr aufheben. Oh. Okay. Ja, okay. Steine haben wir anscheinend schon genug. Okay, ist hier noch irgendwo was? Ah, Holz. Ne, ich sehe hier keine Koffer mehr. Man kann auch sprinten. Wichtige Information. Sehr wichtige Information. Sind hier noch irgendwelche Sachen? Ne, anscheinend nicht. Wir haben alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Oh, da ist ein Tier. Hallo. Bambi. Komm her, Bambi, Bitch. Komm her, Bitch, Bambi. Nimm das, Bambi. Ich brauche Essen. Sorry, Bambi. Oh. Wow. Das ist ja wie bei Minecraft. Und Fleisch. Und den Kopf. Den hängen wir einfach mal hier auf. Ah, den... Okay. Ich muss den wegschmeißen, sonst... Halte ich ihn die ganze Zeit in der Hand. Da ist ein Kaninchen. Komm her, Kaninchen. Komm her, Kaninchen. Das ist echt schwer zu treffen. Komm her, komm her. Alles gut. Wo ist das Kaninchen, Bitch? Da. Ja, du denkst, ich sehe dich nicht, ne? Meine Augen sind schnell. Meine Augen sind schnell. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her, Kaninchen. Bleib doch mal kurz stehen. Ich will nur mit dir... Oh, ein Koffer. Kaninchen hat uns zu einem Koffer geführt. Ey. Also hat er doch einen Sinn. Hier sind noch mehr Koffer. Junge, das sind jede Menge Koffer. Die liegen ja auch überall einfach. Ich habe keine Ahnung, ob das hier wie bei Minecraft ist, dass man sich nach einer Zeit verpissen sollte, bevor irgendwas passiert. Ich höre ein Flugzeug. Da ist ein Flugzeug. Hilfe. Hilfe. Holen Sie mich ab, bitte. Oh, was ist das denn? Äh. Was zur Hölle? Bringt die uns noch was? Ihhh. Ich will die nicht mitnehmen. Was, Junge? Ich dachte, wir können noch irgendwas mitnehmen oder so von ihr. Okay, okay. Nee, das hat nichts gebracht. Oh mein Gott! Was? Du... Habt ihr das gesehen? Da auf dem Baum. Was zur Hölle? Also ich kenne mich hier auch gar nicht aus. Ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht was falsch mache. Oh mein Gott! Ah! Komm, komm, komm her! Komm her! Willst du? Willst du einen auf die Fresse? Komm her! Komm! 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 Komm, oh kleiner Wichser! Hä? Hier! Nimm das! Nimm das! Was willst du von mir? Hä? Hä? Was willst du von mir? Sind hier noch mehr solcher Dinge? Find clear water to drink. How do I drink? Ich hab keine Ahnung. Ich brauch auf jeden Fall Wasser. Ich muss zurück zum Flugzeug. Ich hab mich aber leider ein bisschen verirrt. Hier sind so komische Dinger. Das sind Menschenköpfe! Ich bin... Ich bin... Ich bin wo ganz falsch. Ich bin ganz falsch. Sollte ich die Menschen mitnehmen? Die Menschen werden vielleicht zu solchen Dinger? Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss mich hier verpissen. Aber ganz schnell. Ein bisschen viel Angst sogar. Ach, lol. Ich kann hier sogar so Bäume fällen. Nicht, dass hier auf so einem Baum auch wieder so ein Typ ist. Ich darf nicht vergessen, dass ich immer durstiger werde. Mit der Zeit. Oh, er fällt. Er fällt! Baum fällt! Nehm... Hä? Was soll ich jetzt damit machen? Kann ich mir jetzt hier so ein Haus bauen oder so? Oder wie ist das? Oh mein Gott! Ey, Digga! Ihr kleinen Wichser! Ihr kleinen Wichser! Ich hab vergessen, dass man Zauz abspielen kann. Hört auf damit, bitte! Alter! Okay, wie soll ich jetzt aber bitte hier irgendwas bauen? Wenn ich hier nur so Sachen hinlegen kann. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich höre Schritte. Ich weiß nicht mal, ob es meine eigenen sind. Könnte auch sein, dass ich nur meine eigenen Schritte höre und Angst bekomme. Wir sehen nicht mal mehr was. Oh, 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 oh. Aufpassen. Ah, hier runter springen wäre, glaube ich, einer zu hoch, oder? Wir probieren es aus. Ne, ging. Ging noch in Ordnung. Da ist ein Boot! Bringt uns das was? Kommen wir hier rauf? Ne, anscheinend nicht. Ah, doch, hier vielleicht. Ne, ich glaube, wir werden auch sehr durstig, wenn wir hier länger bleiben. Was sind das für Sachen, die hier aufgestellt sind? Oh mein Gott! Ey! War das jetzt... Das war nicht vom Spiel. Das wart ihr wieder. Und ich hab irgendwas fallen lassen. Ah, da ist es wieder. Das ist wirklich einer zu viel mit diesen Sounds. Macht es keinen Spaß, Horrorgames zu spielen. Ich hab zu wenig Wasser. Das ist kein Horrorgame. Es geht ums Überleben. Ich hab ein bisschen Angst. Ich hab Angst! Ich weiß nicht, ob ich das Spiel aushalte. Wenn es dunkel ist, Chad. Gibt's hier nicht irgendwo ein Haus oder so? Okay, das hier scheint es doch gut auszusehen, oder? Soll ich einfach mal da lang? Was ist das denn? Was ist denn das? Was ist denn das hier? Bleib mal stehen, kleiner Frechdachs. Ich will hier nichts tun. Ich will hier nichts Böses. Ich will hier noch gar nichts Böses. Bleib mal stehen, kleiner Frechdachs. Kleiner Frechdachs. Kleiner Frechdachs. Bleib mal stehen. Ich kann nicht mehr lau... Ich kann nicht mehr spritten. Bleib mal stehen, kleiner Frechdachs. Mensch! Boom! ich fühle mich schon wie einer von den chat ich kann kaum noch sprinten muss ich sagen hier sind sachen hier sind sachen diesen koffer wir haben uns irgendwie richtig bewegt ich brauche trinken bitte was trinken ich glaube das war trinken trinken bitte ich brauche trinken ein tennisball trinken wasser doch langsam schwäbig in gefahr jetzt fallen mir langsam die steine aus dem inventar weil ich nicht mehr so viel platz habe ich habe keinen bock dass wieder irgend so ein monster kommt was ist das denn da hinten chat das sieht aus wie ein haus oder so da gehe ich einfach mal hin es wird dunkler die sonne geht langsam unter ich sehe noch nichts deswegen alles gut was ist das denn oh nein wieder menschenköpfe da steht irgendwas dran kann ich die ab machen das tut mir echt leid oh mein gott wie ekelhaft chat ich habe langsam kriege ich echt angst weil die sonne untergeht hier der container ist das nicht gut zum verstecken kann man die tür auch vielleicht schließen der platz also ist wir haben auf jeden fall schon mal einen platz zum übernachten glaube ich als ich glaube dass das vielleicht nicht ganz so schlecht ist draufschlagen auf die post ah lol ok oh mein gott ich habe irgendwas gefunden absolut keine ahnung was mir das bringt wir drücken mal b langsam brauchen wir sogar licht so macht man ein feuer aha wir können glaube ich sogar ein feuer machen so bauen wir eine hütte ok oh mein gott ich habe was gehört ich schwöre ich habe was gehört langsam wird es zu dunkel langsam wird es zu dunkel nein ich hoffe die kot die dinger kommen nicht im dunkeln es ist echt dunkel ich muss mich jetzt für einen entscheiden für so ein ding ich gehe jetzt hier in so ein container ich habe angst dass jetzt was kommt was mit trinken steht hier auch irgendwas mit trinken nee ich habe angst ich schwöre ich habe angst chat ich möchte nicht sterben oh inventar trinken trinken haben wir trinken crafting ingredient trinken erst mal fett trinken haben wir okay haben wir auch noch essen raw meat okay das bringt uns nichts wir brauchen irgendwas zu essen snacks jawohl oh damit sind wir schon mal einiges weiter ich höre so geräusche ne die will ich nicht hören chat ich mache mal hier ein feuer und ich packe es genau hier hin dann müssen die vielleicht durchs feuer gehen hä warum hat er es denn nicht gebaut basic feuer e 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 ok wir haben ein kleines feuer chat wow was ist das denn was ist das denn chat was zu höhle ist das ach das ist eine schildkröte achso können wir drüber springen über das feuer oh das war dumm oh wir brennen wir brennen sorry ich bin noch im wasser das war dumm sorry schildkröte boah die schildkröte ist echt echt zäh ok ja wie komme ich jetzt wieder hier dran vorbei nein nein ich brenne wieder ich brenne wieder man ok ein tiefer sprung komm schon ey chat ey es geht nicht wie dumm war das bitte von mir wir müssen jetzt abbauen wir haben da unser fleisch drauf platziert jetzt bin ich aber hier so frei ich will nicht so frei sein chat ich möchte gern nicht frei sein also ihr wisst was ich meine oh mein gott könnt ihr bitte euch verpissen oh ho ho ja das passiert mit euch wenn ihr das oh mein gott lecker ich muss das essen essen ich hoffe ich esse das nicht die ganze zeit esse ich das die ganze zeit ich muss ja irgendwie da aufheben ne ok jetzt können wir durchgehen hu bau dir ein zelt aus blättern wir werden jetzt erstmal genau uns so ein richtiges zuhause bauen zelt aus blättern ich glaube das hier können wir noch nicht das hier sollten wir aber können oder vielleicht das hier mit stein machen wir das hier direkt schön am wasser wo wir eine gute übersicht haben wo uns keiner dumm kommen kann eh so sehr schön oh wir haben einen stein zu wenig und vier holzbalken ich möchte um diese uhrzeit aber keinen stein und holzbalken besorgen gehen oh man verpisst euch wer hat das denn überlebt muss drei bäume fällt in der nacht doch nicht oder das hier auch was das denn ok ich hab schon genügend ok so da da gehen wir das mal kurz drauf pfeffern auf entspannt so jetzt brauchen wir nur noch diese baumfalldinger ok ich muss nur in der kompletten dunklen nacht zu bäumen gehen und sie fallen fällen ist ja gar nicht so schlimm digga gibt ja nur zombies und so weiter hier in dem spiel und mein licht ist fast aus ah sieh mal an ein zwei tote köpfe an einem scheiß sperr oh nein kann es nicht hell werden oh nein ihr scheiß wichser ihr scheiß wichser ich mach das nicht mehr mit ich mach das nicht mehr mit ihr nutzt das doch nicht aus dass es diesen sound scheiß gibt nicht in der scheiß nacht chat es ist echt dunkel und mein licht hält irgendwie nicht mehr so lange oder ich kann nicht mehr ich schwöre mein herz macht das nicht mit ich meine das ernst mein herz macht das nicht mit ich muss hier einen scheiß baum fällen ok oh nein ich höre wir kommen ich habe zwei stück direkt zwei stück direkt oh mein gott oha schicken auf es hier drei gegen einen oder was schmeckt ihr das schmecken die die manche schmeckt ihr das kommt her komm her komm her komm her schmeckt ihr das Schmeckt dir das? Schmeckt das? Guckt euch an Es reicht, es reicht Es reicht, okay? Jeder geht seinen Weg, okay? Jeder geht seinen Weg Jeder geht seinen Weg Jeder geht seinen Weg, okay? Jeder geht seinen Weg Jeder geht seinen Weg, Bitch Er kommt, nein, jeder geht anscheinend nicht seinen Weg Komm her Schmeckt dir das? du denkst du kannst auf den harten machen vor deiner freundin kleine bitch ja oh nein war das dein freund willst du auch einen in die Fresse? nimm das bitch kommt ruhig kommt ruhig alles gut oh nein oh mein Gott oh nein oh nein komm schon nein 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 wir werden abgeschleppt wir werden abgeschleppt das wollte ich nicht oh nein mach das Licht an nein wir hängen kopfüber wir haben wir haben uns freige gekabt wo sind wir hier? yo bitte chat das kann doch nicht deren ernst sein oder? kommt man hier irgendwie raus? auf heimliche Basis? ich geh einfach mal hier lang auf entspannt ernsthaft ja pack das weg ich brauch meine waffe ey jungs hört auf hört auf damit ich beende den stream gleich ich beende den stream ich sehe nichts da unten dreh dich um schnell weg hier schnell weg hier schnell weg hier schnell raus hier schnell raus hier Schnell raus hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte stirb, bitte stirb einfach. Bitte stirb einfach. Warum nehme ich den mit? Den brauche ich nicht. Ich kann das nicht mehr. Meine Nerven. Das ist zu viel für meine Nerven. Nicht runter, warum? Ich mache deren Sachen kaputt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's mit dem Spiel. Hey. War ein super Spiel, Chat. Das war's. Ich werde es nie wieder spielen. Lasst einen Daumen nach unten da. No, wir waren die Kräuse. Und da.